Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Kana Bridget's Spirits. Im letzten Partie haben wir noch ein paar Geisterbriefe abgeben, die noch im Brief abgeben müssen. Ich war auch noch dumm, weil ich eigentlich hier sehen hätte so können, dass wir hier die Geisterbriefe alle haben. Okay. Das ist noch was zum Randeln. So wie wir eigentlich hier über den Wasserschrank noch einen Brief haben sollten. Irgendwo. Sonst bei der einen Nachricht ging es um was zu schreien. Ich weiß nicht, ob ich hier noch schreien sein sollte. Ach. Ach. Äh. Schreien sag ich schon. Ein Brief. Ach. 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 Schreien waren wir glaube ich. Oder? Ach. 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 könnte hier noch ein brief sein er weiß ja auch nicht ganz genau was sie noch zum schreuen zählt ich habe die sprache von schwein war da hinten haben wir noch eine blume ich glaube schon wird mir allerdings gar nichts zu 100 prozent sicher nö dann haben wir ja die geistepost ok vielleicht sollten wir hier noch einen meditationspunkt haben theoretisch müssen wir natürlich noch mehr hinschauen scheiden des stabs ist noch 54 sekunden lang mäßig erhöht da habe ich hier nicht genügend punkte für wo könnte hier noch meditationsplatz sein theoretisch ich meine hier weiß ich das müsste der baum direkt sein hier hier oben ist klar hier unten vielleicht ja auch noch da wo wir ein neues Zau haben beziehungsweise die Opfergabe für die geister hier noch ein meditationspunkt ist man würde sie heute passen praktisch ist sie aber nichts da waren die Beine hier hinten ist glaube ich nichts weiter der Fluss hier lang gehen vielleicht kommen wir da noch irgendwo hin das könnte sogar noch weiss sein ja ok der Flusszweck halt doch gut versteckt kann man noch mehr leben wieso nicht kann man ja immer wieder gebrauchen ok ja natürlich die ganzen Charms so kürzt nicht da ich da genau schauen müsste wo ich noch Kisten übersehen habe aber hier hätten wir so alle hier gab es keinen hier gab es noch irgendwo einen da ist so mit so einer ganzen Haut da müsste man auch genau schauen naja hier ist der meditationspunkt genau wie bei dir wenn wir eigentlich gleich zurück und ja Ja, ich weiß gerade nicht, wo noch Geistspost wäre, na gut, öffnen wir hier die Barrieren. Ja, ich weiß gerade nicht, wo wir die Barrieren haben. Natürlich bei seinen Geisten. So, das hilft, um es hier zu weinigen. So, dann bin ich hier vorne natürlich auch noch Post. So, hier auch wieder ein Vergegner. So, dann bin ich hier vorne. 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 Das war's. Okay, 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 okay. Das ist wieder ein bisschen umstrengender. Lässt sich trotzdem mal lädigen. Ich glaube, das hatten wir schon zumindest erstmal das Dorfzentrum hier vollständig gereinigt. So, ich weiß nicht, ob wir nur die Bilder bestellen können. So, ich weiß nicht, ob wir noch mehr Bilder bekommen haben. Hm. Ähm, wie komme ich an die Kiste oben noch ran? Mit einem Gegner stand ja noch eine Kiste. So. Ja, ich stehe schon mal. So, ich weiß nicht, ob wir noch von Feld ist. So, ich weiß nicht, ob wir noch von Feld ist. Das wir von hier unten bewässern können. Das sollte sich eigentlich ausgehen von der Reichweite. Wir haben ja zum Glück sehr viele Rots. Dadurch, da bleibt mir ja ein bisschen länger bald. Wenn man die Punkte bringt, dann ist ja trotzdem immer noch was. Wenn ich zum Beispiel, dass das Schild ein bisschen mehr ausfällt. Wenn ich zum Beispiel, dass das Schild ein bisschen mehr ausfällt. Ich glaube, hier war noch ein Haus. Hier unten war gleich noch ein Haus. Ah, gut. Da, äh. Müsst du wahrscheinlich weiter fortfahren, sorry. Das möchte ich hier mal ganz nütz wieder probieren, die wir jetzt neu haben. Ich glaube, ich probiere noch mit ihrer Herausforderung um Herausforderungsschein. Das könnte jetzt ein bisschen einfacher gehen. Äh, die hatten ja schon... Eigentlich ist das die Steinbrücke. Machen wir zuerst die einfach relativ schwieriger. Hier müssen wir noch mal dagegen an Dira ran. Ach, hören wir mal das hier. Müssen wir ja nur auf Zeit laufen. Okay. Wir werden in kurzem dauern von 2 Minuten reißig. Sammle alle 3 Eulenfedern und sammle 20 Gelichter. So. Okay. Sollte kein Problem sein. Echt doch schon. So. So. Das ist so ein Fehler. Der ist so wohl nicht so schlecht level'ados. So. Im Moment. Ska Euro. Ich werde nicht schaffen, wenn ich es nicht direkt angehebt mit 2 Minuten 30 Minuten. Dafür können wir die Ehrlichter und die Federn direkt holen. So, das möchte ich eigentlich nicht fallen. So, das möchte ich nicht. So, das möchte ich nicht. Was ist das? 2 Minuten dreißig geht es nicht mehr aus Vielleicht können wir das andere Zweck sammeln Ich habe mir auch viel Zeit gelassen Obwohl ich glaube das nur die Zweifel nicht macht so Das ist eigentlich fast egal dann müssen wir wieder ein paar Schieße über Jetzt kannst du wieder müsslich wieder sein Out Oh yes Okay Okay Genau Okay Deshalb Ja, ja, ja. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie das wäre möglich. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie das ist. Ich kann nicht mehr sagen, wie das ist. Ja, ja, klar, dass wir doch nicht alle schaffen. Ich klinge trotzdem ein neues Outfit. Und dann freue ich mich hier die Wächte nochmal. Das sollte jetzt inzwischen so reich ein Problem lassen. Okay. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das denn jetzt schon erledigt? Diese Dinge werden damit nicht gemacht, besonders die Expositionskugel... Okay, nice. Okay, nice. Ich müsste mich auch legen können. Okay, nice. 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 Ich habe die Fliefe von ihm geholfen. Ich habe die Fliefe von ihm geholfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020